So und herzlich willkommen zu GTA-100LP. Ja, wir zocken wieder GTA 5. Ja, und ja, wir fahren jetzt mit einem leichten Wagen. Und ja, mein Kollege spielt und ich nehme auf. So haben wir abgemacht. Und ja, also wir sind immer noch Michael und ja, ja, Trevor. Und ja, und wir fahren mit einem leichten Wagen und haben keinen Stern. Das war gut. Ja, wir fahren nur herum. Ja, da ist ein Flieger. Und wir fahren irgendwo in Langschaften. Ja, irgendwo im Flughafen sind wir oder so. Das, ja. Ja, wir können hupen. Unser leichten Wagen ist leider ein bisschen, ja, wenn ihr es seht, ein bisschen verbeult. Ja, ist ein bisschen Beute drin, aber naja, so. So, ja, es landet so schön und ja. So, unser Thema. Also wir schon, ähm, wir schon, ja, jetzt klauen wir erstmal den Hubschrauber oder so. Den Flieger, ja. Ja, wir schlagen ihn erstmal kaputt und danach. Und danach, ja. Wegen dessen, ja, ähm, wie ich bei Luke 100 LPs, ähm, Let's Play schon erwähnt habe. Wie wisst ihr, am 8. April 2014, ja, schlägt die letzte Stunde von Windows XP, ja, stand höchstens in der Zeitung. Ja. Naja, ich lese vier Zeitungen, ja, nicht ganz viel, aber, naja. So, wir fliegen jetzt, ne, wir lassen da, wir haben unseren leichten Wagen stehen gelassen und, ja, und jetzt fliegen wir irgendwie durch die Lüfte. Und ich brauche ein Foto von Spider-Man. Wuuuuh. Ja, dieser Part wird dann bis, wird wieder ein bisschen kürzer. Ja. Ja, so. Ja. Wir fliegen ein bisschen und, ja. Ja, also, ähm, ja, jetzt landen wir, ja. Ja, wie es schon gesagt, diese Aufnahme ist ein bisschen kürzer. Ja, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Ihr könnt einen Daumen nach oben tun, wenn ihr euch, wenn das Video euch gefallen hat. Oder Daumen runter, wenn ihr das, äh, Video nicht gefallen hat. Ja, und dann sage ich mal, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.